Die Power Nine, eine Kartengruppe aus Magic, die als die ultimativen Karten gelten, die neun stärksten Karten in ganz Magic. Die Frage ist, gibt es ein Äquivalent in Yu-Gi-Oh zu den neun stärksten Karten im ganzen Game? Das müssen alte Karten sein und ich zeige euch mal ein paar alte Karten, die wirklich stark sind, die meiner Meinung nach die Power Nine von Yu-Gi-Oh sind. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mir zustimmt, welche Karten eurer Meinung nach die Power Nine sind. Ein gutes Beispiel für eine Karte, die schon immer gut war und mit der Zeit immer besser geworden wäre, wenn sie legal wäre, wäre Port of Greed. Ich habe ja immer kein Argument, was uns sagt, dass das nicht eine der besten Karten in der ganzen Yu-Gi-Oh Historie aller Zeiten gewesen ist. Denn die Karte hat einfach nur den Effekt, dass wir zwei Karten ziehen können. Mit Yu-Gi-Oh mit einer Karte könnt ihr ja aktuell so viel anstellen. Damals, als sie legal war und als sie rausgekommen ist, war sie vielleicht nicht so krass. Aber es gibt ja einen Grund, warum Port of Greed ist eine der besten Karten aller Zeiten bezeichnet wird, wenn nicht sogar die beste Karte. Wobei ich sagen würde, dass ich heute eine Karte habe, wo ich der Meinung bin, dass die deutlich besser als Port of Greed und zwar viel mehr Schaden einrichten kann, wenn die Karte aktiviert wird. Die nächste Karte, die wir erwähnen werden, ist sehr, sehr ähnlich zu Top of the Gear und das ist aber die Karte Graceful Charity. Eine Karte, die abhängig davon, wie man spielt, sogar besser ist als Top of the Gear, denn wir ziehen drei Karten. Wir müssen zwar zwei abwerfen, aber diese zwei Karten, die wir abwerfen, die können halt richtig gut sein. Deswegen ist das eine Karte, die, oh mein Gott, ist das eine gute Karte. Zum Zeitpunkt, als sie damals gespielt wurde, crazy, als sie gebannt wurde, keine Überraschung. Und heute wäre die Karte einfach unfassbar broken. Drei zu ziehen und zwei abzuwerfen, kann einem so viel Advantage geben im heutigen Game, genauso wie im damaligen. Deshalb ist Graceful Charity auf jeden Fall eine der besten Karten im ganzen Game, die wir sehr, sehr früh bekommen haben im Game. Das dürfen wir auch nicht vergessen, die gab es ja schon ewig, die Karte. Über die nächste Karte wird gar nicht so oft geredet, aber ich halte die trotzdem für eine der besten Karten, die wir in Yu-Gi-Oh! jemals bekommen haben. Und das ist immer die Karte Last Will. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, hä? Last Will über alle anderen Karten? Wir kommen ja schon zu anderen Karten, aber ich habe Last Will genommen, einfach aus dem Grund daraus, weil sie in den ersten Charterdecks drin war und die Karte einfach unglaublich crazy ist. Zum Zeitpunkt, wo die Karte rausgekommen ist. Nicht unbedingt, denn ihr habt halt keine Möglichkeit habt, eure eigenen Monster auf den Spiel zu legen, um dann halt einen Monster zu specialen. Aber stellt euch mal vor, ihr könntet heutzutage Last Will in eurem Deck spielen. Überlegt euch mal, was ihr damit machen könntet. Ihr könntet einfach irgendeinen Monster beschwören, das weglinken und dann Last Will aktivieren und sagen, let's go! Überlegt euch mal, wie broken das wäre. Last Will kann jedes Monster mit 15 oder weniger specialen. Das ist schon mal crazy. Die Karte ist nicht Monster per Turn. Und ihr gebt euch ein Free Special Time aus dem Deck von allen möglichen Karten. Es gibt Karten wie Heike Fibrex, die gebannt wurden, weil die in den Tuner specialen konnten. Ja, Leute, die Karte ist einfach so unnormal broken, wenn wir das aus heutigen Games entziehen. Zum Zeitpunkt, als sie damals gebannt wurde, war sie aber auch schon unglaublich gut. Deswegen wurde sie damals gebannt. Aber ich halte Last Will für eine der besten Karten, die jemals in Yu-Gi-Oh! gemacht wurden. Die nächste Karte sollte auch keine überraschen. Und das einmal Delinquent Duo. Eine Karte, die mit einer Karte zwei Karten vom Gegner hops nehmen kann. Das ist ein 1 for 2. Das ist unglaublich gut, weil wir den Gegner minus 1 gehen lassen. Das ist ein bisschen das Umgekehrte wie Portal Freed, weil wir den Gegnern zwei Karten wegnehmen. Wir aktivieren eine Karte. Bei Portal Freed aktivieren wir eine Karte, bekommen zwei. Das ist also ungefähr derselbe Karte Advantage. Natürlich wäre jetzt Delinquent Duo im heutigen Game nicht mehr ganz so krass, wie es damals gewesen ist. Weil dieser Advantage von dieser einen Karte, wenn wir die wegnehmen und die in Friede pflegen, die dann vielleicht ein bisschen was mehr machen können. Deswegen habe ich auch kurz überlegt, ob ich vielleicht Forst of Century hier reinpacken möchte. Weil ich sagen muss, dass wir eine Karte ins Deck zurücklegen durch Forst of Century richtig, richtig gut ist. Allerdings, wir haben aktuell eine Karte wie Tactics im Game, die basically denselben Effekt hat. Und die Karte ist jetzt nicht wirklich broken. Die ist zwar richtig gut, aber nicht broken. Und ich finde, dass Delinquent Duo, dadurch, dass ich halt zwei Karten vom Gegner rippen kann, eine deutlich bessere Karte ist. Auch wenn die natürlich auch zum Friedhof gehen. Aber in Herend eine unglaublich mächtige Karte. Und deshalb meiner Meinung nach eine der besten neuen Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Die eine Legacy mit sich trägt, die jeder Oldschool-Yu-Spieler verstehen kann. Falls euch so eine Art von Content gefällt, lasst mir auch gerne mal ein Like da und schreibt mir nochmal ein paar Ideen für interessante Topics, die ich mal so behandeln kann. Einfach mal in die Kommentare. Die nächste Karte ist eine Karte, die auf den ersten Blick gar nicht so krass gewesen ist. Und das ist aber die Karte Cold Wave. Denn als die Karte damals rausgekommen ist, hat die halt kaum jemand gespielt. Aber als wir dann entdeckt haben, dass die Karte unglaublich crazy ist, hat die jeder gespielt und deshalb auch die Balance. Denn Cold Wave sagt einfach, wegen deiner Mainphase aktiviert die Karte. Keiner kann Zauber- und Fallenkarten aktivieren oder setzen. Das juckt dich zwar auch, aber wenn wir halt den Gegnertürn komplett blanken können von Fallen- und Zauberkarten. Leute beschweren sich heute über Anti-Spell. Und die Karte macht das on Default und lässt dich mal Fallenkarten aktivieren. Und nicht mal setzen. Das heißt, die ist halt so busted, dass ihr quasi den Gegnerzug blanken könnt. Wenn ihr irgendwas mit Zauber- und Fallenkarten machen müsst, dann seid ihr wieder dran und könnt den Gegner umbringen. Deswegen, definitiv eine der besten Karten, die wir im Game jemals bekommen haben. Und die werden wir auch nie wieder von der Bandits zurückbekommen. Hoffe ich zumindest Konami. Die will ich nie wieder sehen. Vielleicht ein bisschen underwhelming, nachdem wir gerade Cold Wave gesehen haben. Aber für mich eine der besten Karten aller Zeiten und definitiv eine von den Power-9 Yu-Gi-Oh. Imperial Order. Die Karte hat eine Rathom bekommen, wurde verändert, wurde schwächer gemacht und war trotzdem zu gut für dieses Spiel. Das zeigt, wie powerful der in Heren der Effekt von der Karte ist. Und zwar Zauberkarten einfach komplett zu nullen. Das ist ein Effekt, den soll es im Game nicht geben. Hat Konami offensichtlich auch wiedererkannt und die wird zurück auf die Bandits gepackt. Aber in Heren ist das eine Karte, die einfach unglaublich mächtig ist. Seit Beginn, als die Karte halt rausgekommen ist, bis zum Punkt, wo sie gewandt wurde. Eratom, wieder da war, wieder gewandt wurde. Definitiv eine der besten Karten im Game. Selbst mit dem jetzigen Eratom ist es trotzdem unglaublich unfair, was die Karte tun kann. Ich wollte unbedingt einen Monster auf dieser Liste haben, denn ich hatte gesehen, wir haben sehr viele Zauber- und Fallenkarten. Und ich habe gedacht, was ist das brokenste Monster, was mir einfällt? Ich habe zuerst an den Chaos Imperatodrachen gedacht, denn der ist wirklich, wirklich broken. Aber wenn ich jetzt an die besten Karten aller Zeiten denke, also an die neuen besten, müsste ich ja zu dem Imperatodrachen noch Yatagerasu und die Witch oder Sangan packen. Das sind schon wieder ein paar mehr Monster. Wenn ich an das beste Yu-Gi-Oh!-Monster aller Zeiten denke, denke ich an die hier. Magical Scientist. Die Karte hat alleine dafür gesorgt, dass wir ein FTK hatten, obwohl FTKs eigentlich noch gar kein Thema waren. Und dann kam die Karte und dann, jup, FTK, let's go. Also, keine Restriktionen, Free Rain übers Extradeck, Fusion beschwören, wie ihr wollt. Eine unglaublich dumme Karte, die definitiv eine der besten Karten aller Zeiten ist. Für die nächste Karte wollte ich eine Karte haben, die einen unglaublichen Impact hat, wenn die aktiviert wird. Man könnte jetzt von alten Karten davon ausgehen, dass eine Karte wie Monster Reborn oder Call of the Hunted eine von diesen Karten ist, die einfach unglaublich gut ist. Wenn wir das aber im heutigen Kontext betrachten, wären die Karten jetzt nicht mal mehr gut spielbar, weil die auch keiner spielen würde. Sind ja auch alle legal, spielt keine Sau. Eine Karte ist immer noch auf der Bandlist und die macht das, was Monster Reborn macht, nur viel besser. Und das ist einmal Dimension Fusion. Diese Karte. Ich weiß, als die Karte entwickelt wurde, war nicht klar, dass man so viele Karten im Banditspeil haben kann und wir die zurückholen können. Aber alle Monster wieder zurückspechen zu können, der geht natürlich auch, aber ihr logischerweise auch, aus dem Feld zu holen und einfach in seine Gegner-Tote kamen. Ja lol, let's go. Was ist das für eine dumme Karte? Das ist definitiv eine der besten Karten, die wir im ganzen Game jemals gesehen haben. Und der funnigste Part, das ist ein Quickspell. Ich weiß nicht warum, aber das macht die Karte ja einfach noch besser, obwohl sie von schon das normale Spell halt broken gewesen wäre. Das macht es halt noch ein bisschen besser. Und für die letzte Karte der Power Nine habe ich mir gedacht, ich zeige euch einmal die beste Karte, die wir in Yu-Gi-Oh! jemals gesehen haben. Viele sagen ja, dass es Polarfried ist. Ich nehme zu, Polarfried ist eine unglaublich gute Karte. Aber es gibt für mich eine Karte, die diesen Spot auf jeden Fall hat. Wenn wir also Black Lotus in Yu-Gi-Oh! finden möchten, sollten wir nicht weiter gucken als diese Karte hier. Painful Choice. Und der Name ist halt so passend zu dem Effekt. Diese Karte ist devastierend. Wenn die Karte aktiviert wird, du hast halt keine Möglichkeit, dann geht er eigentlich schon gewonnen. Denn 5 Karten aus deinem Deck zu bewegen. Stellt euch das mal in deinem heutigen Yu-Gi-Oh! Index vor. Wenn ihr 5 Karten aus eurem Deck irgendwo anders hinbewegen könntet. 5 Stück. Klar, ich kriege eine davon auf die Hand. Aber es landen 4 davon im Friedhof. Das heißt, wenn ihr 5 Karten wählt, die irgendeinen dummen Scheiß machen. Dann ist es einfach Instant Broken. Und das ist auch der Grund, warum die Karte auf der Wellness ist. Weil es gibt keine Karte, die so viele dumme Sachen tun kann, wie Painful Choice. Deshalb ist Painful Choice für mich die beste Karte in Yu-Gi-Oh! Die wir jemals bekommen haben. Und die wir auch jemals kriegen werden. Und hier sind sie einmal die komplette Liste von der Power 9 aus Yu-Gi-Oh! Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Wenn nicht, wie gesagt, Kommentare schreiben. Wenn ihr ein weiteres Video von mir sehen wollt, guckt euch immer das hier an. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao Leute!